In Hockenheim Kisomba tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du Kisomba tanzen nennst im Umkreis Hockenheim. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCrae. Und ich liebe es, ich liebe es, und deswegen machst du das Video, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten, dafür zu sorgen, dass Menschen ihre tänzerischen Ziele erreichen. Und hier in diesem Video geht es darum, ich möchte dich im Bereich Kisomba tänzerisch begleiten, dein Kisomba Tanzlehrer sein. Dein Kisomba Privat Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über einen ADTV IHK World Dance Consult Gütesiegel ausgebildeten Prädikatsfachmann, deine Kisomba-Stunden zu nehmen, wenn das für dich interessant ist, in deinem eigenen Verwenden, bei dir daheim, in deinem eigenen Zuhause oder in einem anderen von dir vordefinierten Wunschort, zu dem ich hinfahre, wenn das für dich eine Lösung darstellt, dann habe ich den großen, starken Vorschlag für dich. Den Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder über die andere Möglichkeit, die ich bevorzugen würde, das direkte Telefonat. Die Nummer für deinen Kisomba-Erfolg ist die 0176 840 44661. Das ist die Nummer für deinen Kisomba-Erfolg, wenn es darum geht, dass du im Bereich Kisomba nach vorne in dein Ziel hineinkatapultiert wirst und auf dem Weg zu deinem Ziel begleitet wirst, von mir, deinem Tanzlehrer. Ich freue mich auf unseren Kontakt. Lass uns telefonieren für deine Kisomba-Erfolge. Lass uns loslegen.